Was? Die Künstlerkasse? Nur zur Info Leute, ich nimm jetzt auf. Ich bin hier das Spiel 7 days to die und hier ist so ein kleiner Bug mit Dynamit ich weiß nicht, anscheinend nur bei mir ich teste das jetzt mal Eventuell sprengen wir auch Hasi weil der ist verschwunden war ganz toll Ich hab die Abstände geholfen Oh mein Gott, sie haben Hasi getötet! Er sprengt nicht! Ja da, er sprengt nicht Er sprengt einfach nicht Ich hör's aber Ich seh's auch blitzen Ja, aber er sprengt trotzdem nicht Die letzten Reihen sprengen durch, aber Ja der hintere Teil ist wieder weg Aber der vordere Teil wieder nicht, genau wie eben Ja dann spreng doch demnächst einfach nur den hinteren Teil Und dann spreng sie von der anderen Seite aus dann ist der vordere Teil nicht der hintere Teil Oh, ein Tod! Ey, bück dich mal hier! Logik ist überwältigend! Loll! Wieso? Loll! Ich hab mir das Bein gebrochen Selber schuld! Ne, aber ganz komisch, ich habe ganz normal gesetzt Ja Ähm, gehst du mal bitte runter und guckst mal, ob auf dieser Höhe wo das hier nicht gesprengt hat der Keystone steht Wir haben keinen Keystone stehen Doch, ihr habt einen unten stehen Wir haben... Nein! Martin! Hast du da einen Keystone hingestellt? Nein! Wie geht die denn schneller? Vielleicht findet sie doch nicht wegen dem Keystone Hat's irgendeiner gesagt? Ja, irgendeiner hat auch mal gesagt in China fallen Reißsäcke auch mal Irgendeiner behauptet auch die ganze Zeit er könnte nicht sprechen Das muss ein ziemlich schlauer Mensch gewesen sein Wer kann nicht sprechen? Ja, der Glück fragt Ey Leute! Wer hat dich denn so verarscht? Also den Typen, den würde ich mehrmals schnappen Martin, ist das dein Keystone? Wer will? Wer will? Ah Wie kann ich den Typen mit dem Hörer wegzumachen? Kannst du nicht wegmachen? Doch! Ja? Na... Wann weiß ich die Typen, 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 die Typen... Ha! Das war auch wieder ein Gericht mit den 100 Ich hab nachgeladen und von 100 bis 39 weggesagt Ey Leute, das müsst ihr mir doch sagen, dass da ein Keystone und das macht Das haben sie dir doch gesagt, aber du hast vorher auch ja nicht gefragt Oh Mann ey Du hast einfach nur gesagt, das ist ein Bug Ja Vielleicht erst mal fragen sollen die Kollegen Ja Köni, jetzt hab ich dir wohl deine ganze Aufnahme versaut, ne? Ja Die Aufnahme kann er jetzt erstmal wieder in die Tonne klatschen Nein, das ist doch nicht bei dir